So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cyberpunk, wo wir diesmal versuchen, ein wenig in der Haupthandlung weiterzukommen. Was? Okay. Moin. 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 Ah, okay. Äh, schickes Hemd. Äh, gibt's hier nicht, ne? Ne. Ähm. Was gibt es hier so? Ah, okay. Äh, ähm. Ähm. Äh, äh, stout, äh, absinnt. Abedus Classic. Verringert das Bewegungstemper um 10%. Wow. Verringert die Treffsicherheit um 50%. Warum würde ich das trinken? Ähm. Ähm. aus Cola Blood. Klingt gut. Dann nehmen wir mal eine von. Cool. Äh. hier rauf. Hier rauf. Okay. Äh. Prost. Jemand, bei dem das Trinkgeld locker sitzt. Nee, es kostet Geld. Ähm. Ah, okay. Es muss ein wichtiger NSC sein, wenn er so gekleidet ist. Z嗯. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ein Buch. Ich will erstmal alles einsammeln hier. Ach, kann ich nicht. Jetzt vielleicht einsammeln. Nein, ich komme nicht ran. Oh, okay. 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 Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Erstmal wird aber alles eingesammelt hier. Hier noch Getränke einsammeln. Okay. 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 Vielen Dank. Aber erstmal wird alles eingesammelt. Moment! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Nicht den Stuhl, den Stuhl. Okay. 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 So, jetzt müsste das Geblinke gleich vorbei sein, ja. Jetzt ist wieder sicher. Oh, okay. Musste erst mal laden, wo ich bin scheinbar, okay. Kann nix machen, ich gucke mir das hier nur an scheinbar, okay. Das sind immer die gleichen vier Stimmen, habe ich den Eindruck hier. Zum Beispiel der Typ, der überfällt und der Typ, der überfallen wird. Die haben beide die gleiche Grundstimme hier. Reißt ein bisschen raus, wenn ich ganz ehrlich bin. Oha, okay. Okay. Okay, äh. Okay, stopp. Wieder Triggerwarnung, Blinklichter, ich glaube. Ja, 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 ja. Und wir sind sicher. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da ist irgendwo noch mehr Musik, Sound meine ich. Hier, okay. Außerhalb der Signalreichweite. Ah, einer von diesen lustigen... Okay, interessant. Uh-oh. Uh-oh. Okay. 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 Vielen Dank. Okay. Das ist eine ganz coole, moderne Umsetzung von diesem in Fotos herumgesoomten in Blade Runner damals. Okay. Okay. Okay, T-Bag anrufen und dann würde ich sagen, nach dem Telefongespräch geht es dann auch. Okay. 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 Okay, äh, großartig. Ich glaube, ich mache mal eine generelle Fotosensitivitätswarnung bei dem. So. Okay, machen wir erstmal Pause hier und dann beim nächsten Mal weiter. Das scheint mir ein guter Ort für einen Cut zu sein und wir nehmen auch schon eine halbe Stunde auf. Insofern passt das auch. Dann bis zum nächsten Mal. Liked und subscribed und macht den ganzen Kram immer und dann bis dann.